wenn ich nicht so viel kohlensäure in mir drin hätte würde ich sagen dass wir die machen nicht mit die machen echt nicht mit ok tiefer meinst du nein nein du machst Melodie ich mache Harmonie du glaubst du echt ich habe Ahnung was du da gerade gesagt hast denkst du ich habe Ahnung was ich gerade gesagt habe ich habe es verstanden das war eine Anspielung aber schon eine Anspielung ne gleich gehen hier alle Scheiben kaputt ich sehe es schon siehst du sogar er hat es verstanden ach schon wer leg dich mal nicht mit so an als ob ich gebildet bin ich bin wütend ich hau Löcher rein was baut bei mir Blöcke ab vor allem was für Löcher sind die hier reinreiß das ist ja echt so er da die fütschen mit irgendwas bitte auf das ist mein Keller hier wo sind die Blöcke hin das ist alles Granit gewesen das habe ich gerade abgebaut ich habe gerade fünf Granit zu dir hingeworfen ich habe gerade voll den krassen Doppelflück 60 No Scope beim Angeln gemacht der Geilheit Ja Mann Achso You are now sitting Shell sitting Shell sitting Was gab es noch? Da gab es noch diese Fakten die so gemacht haben Wie hieß die? Ich kann ihren Akzent nicht verstehen Ja aber wie hieß Die hat nämlich keinen Namen die Rockbottom Deswegen heißt bei uns dann auch Rockbottom schon wer Deshalb Rockybottom Ja Wenn ich weiß wovon wir reden Ausrufe Warte mal In die Beschreibung schau in Discord Ausrufezeichen Warum mache ich das bei YouTube? Ausrufezeichen Was laberte für einen Scheiß Ja ich bin Gluk L-O-K Oh ja Ich habe drei Kinder und kein Geld Ich hatte keine Kinder und drei Geld Das ist einer meiner Liebsten Ich glaube ich kann mich jetzt straight runtergraben Ich weiß Sünde Und nicht instant verrecken Ich habe überall in meinem Haus so Lava schon Schichten drinnen Wie hoch war die Chance dass mal in Lava reinkommt? Ich weiß nicht Da alles unter ihm Mein Haus ist gar nicht mal so hoch Normal aber ist das glaube ich ungefähr so ein Drittel Ich fand das nicht mehr Wie in der Nacht anschauen Oh boi Warum ist Angeln so Shipping? My turnips reach the third level of their growth cycle! 3, 7, 5. 2, 3. Holy fuck. Nein. Oh mein Gott. Ist das rot, das ist rot. 2, next. 2, 5. Aua. 3. Okay, der Block. Fange ich mal an, einen Termin aus seinem Garten zu graben. Was? Seinen Garten zu graben. Ich sage dir, ich bin nicht ganz glücklich damit, dass er seinen Hoffenmeyer nähe braucht. Allerdings ist es besser als in meinem Keller. Also hey. Ich hab nur ein ganz kleines Loch in dein Wald gemacht. Ja, das ist okay. Ganz ehrlich schon, er hat viel mehr größere Löcher in meinem Wald gesprengt. Ich bin davon überzeugt, Lutz baut wieder einen Whirlpool. Oh Gott. Dann hat es geleckt und dann war mein Dach weg. Okay. Jo, das war ganz purzig. Ich sterbe. Holy shit. Also, ich hab jetzt endlich die Nauseous Shell bekommen. 4 Tropical Fisch, 3 Sattel, 4 Name Tags, 3 Trip via Hooks, ein Water Bottle, 35 Euro Salmon, 58 Euro Korten, 16 Pufferfisch. Salmonellen. Salmone. Richtig. Und ne Menge Salmonellen. Außerdem hab ich immer noch die fette Sau. Also fette Sau und trotzdem noch ein Stack Pufferfisch und elf Stück. Und Blume für Schommel. Die heißt so. Ja. Irgendwann kotzig Blut. Ja, Mann, ich hab's geschafft. Gar nicht zu kotzen. Krass. Das ist schon krass. Erstes Versuch. Ne, 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 ne. Haben die Lapis gefunden? Lapis. Ok, dann nehm ich das halt auch mal mit. Oh, jetzt schön hab ich wenig Kohle. Ha ha. irgendwann sollte ich wieder in den untergrund wenigstens jetzt eine menge von dem stein schon mal geschmolzen ich habe gerade die blöde ich hoffe das reicht jetzt erstmal du brauchst ja noch eine menge es muss dann richtig bestimmt ja das ist ja erst die vordere hälfte des gebäudes beziehungsweise das ist gut ich habe nämlich in arbeit sehr viel deutsch was aber wie war es mit dem kate wenn man das setzt dann macht es den zu becken ja soweit ich weiß also ganz oben eine wasserlingens und dann von unten halt geld nach oben bauen lassen du kannst ja auf den gleichen blog immer richtig machen ich das mal out checken aber wasser musste muss nur einer setzen sagen oben ja soweit ich weiß geht es um ich habe es auf jeden fall das kate unten da musst du also da ich weiß nicht was man von boden braucht oder versuch mal unten auch ein ganzes block zu machen und dann halt ganz oben einen wasserblock und ganz ach es darf kein so sein so ein nope ach so ja ich kann schon mehr drauf weil du äh sorge geht ja das kann ich mir aber auch erzählen können aber aber ich sollte vielleicht erst mal den konduitbaum ja ich habe jetzt aber weißt du wo du den hinbauen kannst zu den wassertempel den ich abbauen will ähm noch besser in der mitte bei unseren ganzen häusern ist das ein kleines ich baue ihn lieber zu dem wassertempel den ich abbauen will dann baue ich den ab und dann baue ich den konduit ab und dann kommt der nämlich nicht dahin wo du hin willst aber es wird voll sinn machen ja das kommt aber zu meinen atlantik ding das ist eine unterwasserstadt und wie oft bist du schon unterwasser bei uns bei sind wir und so ich meine das kann man da auch noch machen aber ich benutze es erstmal dafür fuck wie zur helle heißen die scheiß blöcke die man drumrum baut das darf ah ALF ALF blöcke die ganzen ALF blöcke richtig ich esse Katzen äh Katze 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 Katzen Kacken Ich würde erst Titz Titz Katze 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 noch neun minuten oder acht minuten ungefähr ich habe das gehört gehört was habe ich gehört ich bin in der hölle ich auch gerade tag die haben sich gleich erledigt er hat das mit der hölle sollte euch eh nicht überraschen ich bin so gesehen der overlord der hölle und 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 und